Gehen wir weiter würde ich sagen. Atletico Madrid gegen Dortmund. Das war ja schon ein sehr sehr gutes und cooles Hinspiel. Dortmund sehr stark zurückgekämpft hat. Ja ich glaube 3 zu 2 ist es ausgegangen oder? 3 zu 3 sogar? Nein 3 zu 2. Ganz hat es leider nicht gereicht für die Dortmunder zurück zu kommen aber besser als ein 3 zu 0. Man spielt jetzt wo? In Atletico also in Madrid. Dortmund braucht auf jeden Fall zwei Treffer. Los gehts ja! Wer schafft es von beiden? Oh mein Gott! Butterfelbegräufe! Oh! Oh! Dortmund auch erst einmal im Viertelfinale gewesen. Dortmund auch erst einmal im Viertelfinale gewesen. Gar nicht! Gut das ist ja glaube ich erst die erste Saison oder? Ah nein zweite! Zweite! Oh! Oh mein Gott! Aber ist noch da? Oh! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da hat man stark gesetzt. Ja, da ist jetzt mal aus der eigenen Hälfte. Oh, stopp. Schöne senkt noch. Ja. Ja. Oh, das schießt nicht. Sancho. Jetzt ein ganz gefährlicher Konter. Okay. 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 Ja. Okay. 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 Einig schlecht So let's weiter aufwachsen Vielen Dank. 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 Einmal wäre man jetzt gut gewesen und dann kann man das nicht machen. So, wen geben wir rein? Gut, vertraue dir. Geht da überhaupt noch was? Das ist ja schon ganz eng mit der Zeit. Ja, da geht nichts mehr. Leider. Dortmund wieder knapp ausgestiegen. Ich bin sehr ärgerlich. Ich bin sehr ärgerlich mit Dortmund. Ich bin sehr gut. Ich bin echt ratlos manchmal gar. Ja. Ja. Ich bin sehr gut. 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 Ich bin sehr gut.